Oh, zum Pfirsichfeld, oder wohin? Ja... Wir können doch mal vielleicht mal die Aufnahme schlafen. Ah, stimmt. Es ist kein Polizeistrider. Aber wir sind ein Mahler. Stimmt, normalerweise sind die Schwarzen immer Polizeistriders. Ja, aber es ist ja kein... Ah, stimmt. Wir sind ein Polizeistrider. Ein Mahler. Ein Mahler. Woh! Alter, tot! Alter Falter, Alter, rempelt der uns einfach rum? Notarzt rufen, oder respawn? Ja, er hat zwei Eternitäter da. Ja, okay. Da kommt der Schaub. Ja, okay. Na klar. Guter Beginn, ne? Aber warum ist denn der explodiert? Nur weil er auf dem Kopf war? Weil ein Strider uns gerammt hat. Ich weiß aber, der ist ja erst danach explodiert, irgendwie. Ich bin in die Krise, oder? Ich fhrm. Bären wir ihn gleich mal auf hier, ne? Ich soll. Wir müssen ja ein bisschen der Pläne. Ja, ist ja klar. Ja, das ist ja eine Aufnahme-Session, ne? Und so. Sind schon bei dir welche online? Also schauen wir welche gerade zu bei dir? Ähm, äh, hier, na, 4-speed-cam-1, Verkehrsunfall mit Strider, Solo, äh, tote Personen. Warum hat der mich jetzt nicht revived? Ja, ich weiß ja auch nicht. Von uns, von uns. Die sind drei tote Kops. Ja, revived der auch mal? Ja, jetzt. 4-speed-cam-1, Gebäude und... Gewollter Mordungsakt oder, ähm, durch den Unfall? Ähm, weil, äh, Solo sagt G-Sink, aber ist mit dem Strider gefahren und hat ein bisschen was Illegales bei sich. Ja, gut, dann bezahlt sie ihm sein Ticket und den Sturmur abschleppen. Okay, verstanden. Wir kommen erst mal. Ich weiß auch nicht, was der jetzt hier macht oder so. Wir kommen erst mal zum Video, ne? Hallo, hallo. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, was der jetzt da macht. Der... springt über unsere Leichen, sag ich mal. Freu dich herum. So, jetzt beweist er sich. Na, geht doch. Da hab ich euch echt aufgeweist. Geh, Mann, ja. Wir können ja einmal, äh, wie gerade zuschauen, einmal erklären, wie das jetzt ablaufen wird. Ja, genau. Äh, also wir starten die Aufnahme. Wenn die Aufnahme vorbei ist, dann sagen wir ja auf Wiedersehen. Das heißt aber nicht, dass der Stream vorbei ist. Out of Rambo. Hm, genau. Danke, Jungs. Oh ja, so ist das. Haha. Rammt, vor allen Dingen. Rammt uns erst mal ein Strider von hinten. Und dann sind wir alle tot. Guter Beginn. Jo. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Kann man dann hier das aufnehmen wieder? Windows T. Windows T. Hö. Ja. Ja. Ich bin jetzt doch eigentlich nur Windows-Taste, oder? Ja. Oh, Tastenkombination. Ja, irgendwie funktioniert das doch nämlich. Okay, dann würde ich mich anders verlieren. Nagelband. Ja. Ja, mit welcher Taste nimmst du das alles auf? Windows. Hä? Bei mir geht das nicht. Warum versuchen wir hier das Geld aufzunehmen? Es geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Falsche Windows-Taste, oder was? Nö. Hä? Linke Windows-Taste. Ja, mach ich eigentlich. Geht aber nicht. Oh, willkommen alle. Aber ich krieg das echt nicht hin. Ähm, welches Einlassgebiet hat Töbel, Matt und Kollegen? Janik, kannst du es für mich aufheben, oder so? Oder einer von euch, ist ja egal. Wir haben Kavala, ne? Ja, um 19 Uhr. Haben wir Kavala. Ach, um 19 Uhr? Uh. Dann geht's mal. Aber Achtung, wir bleiben erst mal in Kavala. Ah, jetzt ist mein Auto natürlich auch futsch. Geil, zum Glück hab ich ne... Was ist? Wir haben uns immer gefahren ab. Hier ist doch direkt ne Garage. Ja, ne, 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 ne. Oder dürfen wir da nicht austragen? Bestimmt, ist doch egal. Ist das unser? Naja, das ist nicht unser. Unser ist explodiert. Leicht. Nur. Hä, warum ist denn jetzt Loilo geschlossen? Hä? Die wollt mich tolle verarschen. Wer fängt aus? Garage. Hö, hö. Ich hab nur noch ein SUV, also... So. Ich hab aber... ...belindewarm. Hab schon, hab schon. Mal, fahrt du mal, oder so auch. ...würde ich sagen. Bin ich kurz auf dem Desktop, um Loilo mal wieder zu öffnen. Ich hab auch mal einen reichen Aufnahme. ...no? Ja, genau. Hier, mal die Flüsser. Aha, 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 A3 da. Wunderbar, wunderbar. Jo. Leck, 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 leck sei es. Dann seht ihr auch mal Jan Was? Jan Ein herzliches Willkommen Jo, hallo Wie geht es dir denn? Jetzt ja mal schreiben Genau, und ich mache noch mal die Effekte leise Hallo Ah So, perfekt Okay, er wird gesucht Ja, wer ist denn alles auf der Fahrtungsliste? Gott, wie geht denn das jetzt hier? Oh, da sind vier momentan drauf 211.000 kann man bei dem abstauen Bei dem 138.000 Bei dem 39.000 Bei dem 200.000 Oh, ja Lohnt sich Mh, ne War einfach mal 60 Das ist schön Ich studiere noch mal ganz kurz Die Regeln, ja, ich weiß die schon mal gar nicht so richtig mehr Für was alles Bußgelder und so verteilen wird Versuchte Autodiebstahl 5.000 pro Versuch Autodiebstahl 10.000 Taschendiebstahl 15.000 Schwerer Raub 50.000 Bankraub Gefängnis 15 Minuten und 150.000 Also bleiben wir heute in Kavala, alles klar Geblamort mal in Kavala Kavala ist ja auch meistens die Action ab Und so, ne Zerstörung eines Fahrzeuges 15.000 Abnehmung der Kleidung Waffen Was ist denn alles illegale Kleidung? Wird wahrscheinlich hier illegale Aktivitäten ausstehen Ich weiß nicht, ob dieser Jan das schon mitbekommen hat Beleidigen spielerisch 25.000 Beleidigen in echt Eintag Bann Körperverletzung 20.000 Mord Gefängnis 20 Minuten Und 200.000 Oder 200.000 eher gesagt Also man kann sich freikaufen, ja Versuchter Mord Schießerei eröffnen Gefängnis 15 Minuten oder 150.000 Geiselnahme Gefängnis 15 Minuten oder 150.000 Belästigung von anderen 10.000 Sexuelle Belästigung 20.000 Zerstörung von fremdem Eigentum 10.000 Umgang mit der Polizei beleidigen Die Kamera zu schnell 100 Dollar Egal, das steht ja immer da Keine Lizenzen Illegale Aktivitäten Also Ifrit und Strider sind zum Beispiel schon mal illegal Geil Oder bewaffneter Offroader Oh, hallo Wie soll ich dich nennen Saron Raxadon Oder Raxadon Keine Ahnung Ja, irgendwie so Nachtleute, okay Läuft Also wir müssen nicht das Also zu Ende Strider in der Garage Ticket zu 136.000 Ihr müsst nicht das Fahrzeug aufschließen Lasst es einfach zu Wir können trotzdem aus- und einsteigen Ist es jetzt? Ja Äh, ist es jetzt offen oder zu? Hä? Geht man eigentlich langsam Äh, mit S Drück S einmal Und dann Guten Tag Es geht nicht bei mir Gut Ach, warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Geht er nicht auf die Verhandlungsliste? Naja Klar, immer draufschrauben Äh, draufschrauben Jaja, dann Wir werden jetzt festnehmen Dann macht man Wir haben gerade gesehen, dass sie auf der Verhandlungsliste stehen Nehmen sie jetzt einmal ganz kurz fest Äh, wieso, ich möchte erstmal ein bisschen zurück darauf stehen Ja, dann sag sie Oder Ich Oder ich sag sie Ähm, 80 kmh zu schnell Lieber 50 kmh zu schnell Mit einer großen Waffe Und fahren von illegalem Fahrzeug Ja Also Einmal wegen Weil sie 18 kmh zu schnell gefahren sind Einmal wegen illegales Fahrzeug Dass sie hier gefahren sind Ja 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 Aber es ist schnell Wenn sie Sachen das machen Was soll ich sagen? Also 18 kmh zu schnell? Nein, also Warte mal Ja, ja, ja Okay Alles klar Dann werden wir mal schauen Oder sprechen mit dem Herrn Adrian Und dann klären wir das kurz Mikrofone muted Ähm, Adrian, bist du anwesend? Mikrofone activated Ähm, Adrian Ähm, Lisa Zorro Ähm, hat sie das schon gesagt? Bis er auf der Verhandlungsliste steht? Ähm, ja, der muss noch entfernt werden Ähm, ich hab eben ihm das Ticket gegeben Und so weiter Alles klar, alles klar Okay Okay, Zorro Ja Alles klar, Herr Zorro Okay, mach Wir werden jetzt, äh, entfernt von Aufhandlungsliste Kann ich, glaub ich, machen, oder? Ah, ne, ist ja schon Okay, jetzt Ja, danke gleichfalls Oh, und hier ist nichts los Auf dem Markt Wer schreibt denn mich hier an, ey? Einmal S drücken Und dann lauf ich hier so langsam Ich hab nur 10 FPS Liegt das jetzt am Server oder so?